Naja, es hilft nix. Wir müssen den Kader verjüngen. Ja, da geb ich dir recht. Wir sollten wieder mehr auf unsere eigene Jugend setzen. Richtig. Luis Suarez, der kann gleich gehen. Moment, was? Ja klar, alles über 30 muss raus. Nein, 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 hör auf. So war das jetzt nicht gemeint. So, Messi ist auch weg. Zack, super. Ja, und jetzt? Wie und jetzt? Wer soll jetzt spielen? Na, die Jungen. Die Jungen? Ja, der Pedri und der Gabi und der Ansu Fati. Digga, die sind alle grad mal 17 oder 18. Ja, ich weiß. Wir brauchen schon den ein oder anderen erfahrenen Spieler im Kader. Das ist dir klar, oder? Ach so, kein Problem. Kein Problem? Nee, ich hab da ja schon jemanden in Aussicht. Aha. Wen? Dani Alves. Dani Alves. Ja, genau. Dani Alves. Digga, der ist 38. Ja, das mag sein, aber keine Sorge, ich bin immer noch gut in Schuss. Ah, das war der Rücken. Oh Mann. Ja, und außerdem ist er sehr beliebt bei der Mannschaft. Ach ja? Ist das so? Ja, ich hab sogar schon einen neuen Spitznamen. Und der wäre? Ansu Sfati. Na, wenn das mal nicht der Transfer des Jahres war, oder? Ah, nee, komm. Das ist es mir auch nicht wert. Das ist es mir auch nicht wert.